Wie sieht's denn aus hier? Wir haben nur hübsche Menschen an Bord. Ja, na das kann ja was geben. Nein! Nein! Dann machen wir's erstmal schön gemütlich. Wir können jetzt an Bord. Jetzt geht's los. Ja, das schaut doch alles schön mal ganz gut aus. Ihr Freunde, dann würde ich sagen, dann packen wir's an. Dann zeig' ich euch mal noch eine ganz bestimmte Art und Weise, wo sich bei euch der Magen befindet. Ohhhh, temporär. Dann fahr' doch mal den Mädels mal die Haare schön. Ohhhh, zufrieden. Ohhhh, zufrieden. Ohhhh, zufrieden. Ohhhhhhh! Ohhhhhhh! Nein. Bing wir die Cerste! Einen noch, einen noch, los! Los! Aber was auch scheißegal, wie sitz ich denn in der Giste? Eine gebe ich aus, eine gehe ich aus, wenn ich noch muss. Und dann ist Schluss. Und dann sitzt wir mal zur Hand und wir halten Maschine! So, wir neuen Reise bitte, neue Runde, wir halten neue Runde! Und damals gewagt, es geht abwärts, wir landen Maschine Sabia! So, neue Runde, wir halten Maschine Sabia! Neue Runde! So, wir arbeiten fertig! Freunde, danke!